Tres, dos, uno. Tres bolas, dos motores und Climax. Das war Spanisch und heißt, drei Kugeln, zwei Motoren, drei, zwei, eins. Tres, zwei, eins. Trois bolas, zwei Motoren, lombatheuse. 4, 2, 1, yo. Plastik Und ein Hörpunkt! Drei Kugel, zwei Motorräder! Und ein Hörpunkt! 3, 2, 1 3 Kulki, 2 Motory Świetna Zabawa Was ist das denn? So ein Ding kenn ich ja überhaupt nicht Hey Mutti, guck mal was ist das denn? Was macht man hiermit? 3 Kugeln 2 Antriebe Der neue Punkt Und nun? Ich weiß es nicht Wird's 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 Wird's